Hallo liebe Freunde! Ey! Ich hab das nur vorgelesen. Du beleidigst die User? Nein, da steht nur Fuck you all. Der Gronkh ist voll, der Gronkh, der geht dem alle am Arsch vorbei. We took the Mad Kids and the Weapons. Fuck! Ach, hier Medi-Kid, Medi-Kid, Leute. Wer will's haben? Ich brauch's nicht. Ich brauch's auch nicht. Und der Ding noch eins. Ach, die Medi-Kids hier. Haha, so viel dazu. Ach ja, Fuck you all. Also ich könnte eins benutzen, dann benutze ich eins. Wir sind ja nicht weit gekommen. Muni wäre noch schön, ne? Ja, Muni wäre super gewesen. Da liegt auch ne Waffe. Wo? Ja, bei den Leichen. Da ist ne Shotgun. Nee, nee, hier, hier, hier. Bei mir, bei mir. Darf ich was anzünden? Ah ja, super. Warte mal, bleib mal zurück, bleib mal zurück. Ein Polizeirevier, oder was? Zurück, zurück, zurück. Ja, zünd an. Lohnt sich voll. Yeah, yeah. Uh, hey, Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Schlagerfeuer. Drei Zombies sind verbrannt. Mindestens. Das ist ne Schlagzeile wert. Aua, und ich auch. Oh, ne. Oh nein, jetzt brenne ich auch. Jetzt nicht mehr. Nein, Jockey. Auf Rochelle. Mach hier mal... Na los, Alter, ich... Ein Boxkampf mit zwei Zombies. Boah. Lade nach. Lade nach. Schokoloko. Lade nach. Ey, cool. Hier gibt's Fässer. Incoming. Warte, warte, warte. Ich habe ne geile Idee. Total geile Idee. Schon wieder sowas, was man noch nie gedacht hat. Vorsicht. Vorsicht. Ich habe euch gewarnt. Lade nach. Aua. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Lade nach. Kade, ich wollte die grad anzünden. Lade nach. Oh, ist ja lustig gewesen. Ich könnte ja noch mal, äh... Oh, guck mal da hinten. Nein, nein. Lade nach. Der Wichser. Sorry, dass ich Kraft auch so benutzen muss, aber hier. Pam. Haha, geilo. Wie geil war das denn aus? Ey, hier ist ein Spielplatz. Geil, lass mal spielen, Alter. Let's play. Ey, Saratza, kommst du raus zum Spielen? Ja, komm. Boah, wie cool das war damals. Aber um 19 Uhr muss der wieder da sein. Weil dann läuft nämlich Knight Rider. Das Lustige ist, ihr lacht, aber wir verabreden uns heute auch zum Spielen, ne? Ja, das stimmt. Wir sind immer noch kleine Kinder. Jetzt irgendwo ein... Hunter. Die Kinder. Der Hunter weg? Ne, der Hunter lebt noch. Ne, der Hunter. Ich dachte auch, der eine wäre der Hunter, aber der war das nicht. Oh, oh. No white and the Huntsmen. Äh, hinter uns. Alter, ihr kriegt gar nichts mit. Huch. Uah, vor uns. Alter, ihr kriegt gar nichts mit. Doch, hab ich alles mitgekommen. Und ein Smoker. Verpiss dich. So, okay. Manchmal fühle ich mich schlecht. Oh, hier gibt's Sonderangebote. Warum? Klamotten. Weil ich, weil ich dem einen Zombie grad voll die Titten weggeschossen habe. Da hab ich mich schlecht gefühlt. Ah, da hast du gedacht, Mensch. Die arschönen Brüste. Oder was? Naja, so schön waren die bestimmt noch nicht mehr. Meinen waren das Silikonen oder echte? Ich weiß. Die Kugeln sind auf jeden Fall stecken geblieben. Die sind abgeprallt. Boing. Hier müssen wir weiter. Hey, cool. Hey. Was ist das denn geil? Originalvideo? Ach geil. Hey, guck mal. Ich hab einen Geheimgang gefunden. Hier hinten. Hä? Wie Geheimgang? Ey, ich bin im Deiner. Ey, hier sind Midnight Riders Plakate. Und Adrenalinschüsse, falls ihr wollt. Ich hau mir mal einen rein hier. Komm. Brrrrrrrrrr. Brrrrrrrr. Billen. Ey, Geheim... Geheimgang? Voll ne geile Geheimgang. Aber hier, guck mal. Das ist der... Alter, was ein geiles Plakat. Das... das Monster von... Iron Maiden. Ähm. Ähm. Wir kriegen Besuch. Aber wir kommen da nicht durch. Wir müssen auf der anderen Seite durch. Da hast du noch einen Hellskick. Da hast du einen Medipack. Da hast du einen Medipack. Uhuhuhu. Alter, Walle. Ich bin auch am Mücken. Äh... Ja, würde hier aber auch mal sagen. Deswegen habe ich das ja gesagt. Warte, ich nehme mal den Kanister mit. Oh, jetzt mach's gut. Moment, Moment, Moment. Hier rumbieg. Schon angezündet. Das war nicht ganz absichtlich, aber egal. Warte noch! Das ist Biddy. Ja, das ist kurz gut, weil wenn wir jetzt rumkommen... Mach den weg. Ah, ne ist noch nicht so gut. Kommen sie leider nicht. Ach, schade. Okay. Reiner. Aber der Spilli hat gebrannt. Oh, kann man nicht durch. Hat er Sachen wieder was angezündet? Was? Du hättest nie mit Feuer spielen. Hast du früher mal mit Feuer gespielt oder irgendwas abgefackelt? Ja. Guck, guck mal die Fotos hier, lass ich mal. Guck dir jetzt keine Fotos an. Genau, danke. Natürlich, Alter. Hier hängen lauter Fotos aus. Ja, aber hier sind noch Zombies. Wir haben noch Probleme. Und hier ist aus dem Flipper und aus dem Sinn hier Kicker und so. Lass mal... Boah, wäre geil, wenn er ins Flipper und Kicker spielen könnte. Alter. Hier. Blockstorm. Krass, Blockstorm. Kenn ich sogar. Oh, Zombienvaders. Lass mal spielen. Geilomatios. Hier kommt ein Zombie durch die Tür durch. Grüß mal. Schau mal die Evolution. Schönen Gruß vom Gronk, du Wichser. Ey, die sehen aus wie Meisterfiguren. Auf dem Klo steht's Bane is different. Ja. Habe ich mir auch anders vorgestellt damals. Trottel. Alter. Was denn? Ich spiele so schlecht. Ich bin heute richtig schlecht der. Heute bin ich nicht ein guter V, mein Lieber. Ich dachte grad, du willst die letzte... Ey, das Geile ist, dass der Typ ein Barcelona-Trikot war. Oh, jetzt haben wir incoming von Hinkton. Und wir haben Polizei. Der Typ hat ein Barcelona-Trikot. Ist ja auch Hammer. Stimmt, ja. Das habe ich auch gelesen, dass da Fußball-Fans unterwegs sind. Weil das... Wir sind irgendwie in der Nähe des Stadions. Boah, wie geil der hier absteht im Wagen. Wie das aussieht. Das riecht geil. Und ich hör ne Witch. Ja. Lampe aus. Nicht aufs Auto. Vorsicht, das Auto hier. Das hat Alarmanlage. Hier, die Asche. Hier, die Asche grad runter rieselt. Alter, hinten ist auch geil. Die Skyline und so. Wahnsinn. Hammer. Polizei. Oh, ne Pipe. Hier ist Adrenalin. Und... Ah, Katana. Geil. Wäre ja sehr wahrscheinlich auch... Wir haben jetzt Walking Dead die erste Runde. Die ist Munition, Jungs. Äh... Das ist auch gut. Die brauche ich... Die Witch. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Oh, und hier ist der Raketenwerfer. Und wir müssen unten in die Dings. Ich mach mal die Witch mit dem Raketenwerfer weg. Ey, hier ist ein Medikit. Warte mal, ich nehm mal... Das schnapp ich mir jetzt mal. Weil ich hab ja noch keins. Leute, seid ihr kurz bereit wegen der Witch? Nein, 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 nein. Moment. Wo bist du denn? Hier, direkt neben dir. Ach, da ist die Witch. Okay, ich bin bereit für die Witch. Ich halte drauf, wenn du schießt. Das hat nicht gesessen, glaub ich. Oh, ich hab die Witch aufgeschreckt? Ey, das wollte ich gar nicht. Lauf! Oh nein, jetzt brenne ich. Weg, 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 weg. Ist tot. Ist weg. Gut, brauch doch mal Munition hier. Hier sind noch Pillen. Die ist aber ganz gut gewesen hier mit dem Raketenwerfer. Wir müssen, glaub ich, da runter, oder? Ja. So. In die U-Bahn. In the underground. In the underground. Was heißt denn nochmal Bahn auf Tram? Tram? Burrito. Burrito? Was? Burrito, genau. Trenn. Heißt eigentlich Eisenbahn. El metro. El metro. El metro. El metro. Warte, ich bin runter hier. Dann bin ich gegrillt wieder. Guck mal. Geil los. Sieht gut aus. Ja. Alle Zombies stehen daneben. Sieht aus wie die Savituriden. Ach guck mal. Der ist halt geil aus gerade. Der brennender Jockey. Der ist von unten hochgesprungen. Boah. Alter. Jetzt hättest du mal werfen können. Ja, stimmt. Freunde, bitteschön. Hui. Ach du. Eine Pipi-Bomb. Eine Pipi-Bomb. Oh, die war gut. Wie der Rumpel-Axon in die Pipe-Bomb reinhält. Nee, ich war nicht ganz sicher, wo die Pipe-Bomb ist. Aber hier ist auch wieder Munition und ein Defi. Den sollte vielleicht jemand mitnehmen, der keinen Medi-Pack hat. Gibt's nicht. Hier ist noch... Ah, ein Machete. Machete. Prepare for was? Alter, wie geil. Prepare to fight the Horde. Oh Gott. Oh. Da geht bestimmt Alarm-Will-Sound. Das war klar. Gut ab vor den Leuten, die diese Map hier gemacht haben. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Begeistered. Ich bin ja... Begeistered. Ich bin ja sogar ein Flugzeug. Ich bin ja Bugatti. Achtung, es geht los. Voll, danke. Ich freu mich ja voll. Lass uns meine Positionen finden. Sie kommen! Ich gehe hier rein einfach. Das ist super hier drin. Ach so. Bleib hier raus. Ich steck mich hier in die Ecke, bevor ich... wo ich angesplittet werde. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht vielleicht... sogar einfach weiterlaufen sollen. Wir müssen Disabled Alarm machen. Run and Disabled Alarm steht da. Ach scheiße. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Das stimmt. Ja, wohin denn? Hier. Weiter, weiter, weiter. Wo seid ihr denn? Ganz klar wohl. Ich bin bei dir. Ich fliech. Ah. Super. Soll der Alarm da noch weiter klingeln? Ist mir doch egal. Wir müssen hier auf die andere Seite. Dann gehen wir hier durch. Haben wir die U-Bahn. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Einfach weiter. Weiter, weiter, weiter. Hier drüber springen. Wir haben kein Ticket heute. Tut mir leid. Hunter. Ja, ja. Den hab ich schon geschenkt. Warte, ist auf mir. Danke. Warte, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Oh. Hier, hier, hier. Den Pfeil nach. Und ich hab den Alarm. Ja, sehr gut. Und ich ziehe hier und aus. Yeah. Super. Das war hart. Das war ultra hart. Ja, aber es hätte hart werden können, wenn man da stehen geblieben wäre. Midi-Pack. Und Pillen. Also ich finde die Karte bislang erstaunlich viel leichter. Ja, irgendwie ja. Wir spielen jetzt ja auch auf einfach, ne? Ne, wir spielen gar nicht auf einfach. Auf normal, ja. Also auf dem einfacheren Schwierigkeitsbereich. Also ganz einfach ist er... Einfach ver-ver-ver-ren. Ganz einfach solche... Einfach wäre lächerlich. Ganz ehrlich. Wäre lächerlich. Ich becher mich weg. Wo seid ihr denn gerade die ganze Zeit, Alter? Ich bin ja bei dir. Nicht der einzige, der gegen Zombies kämpft? Ey, aber bei weitem Not. Bei weitem Not? Doch, ich hole mir gerade einen Midi-Pack. Hier, Sarazat Gronkh beschützt. So viel dazu, ne? Alter. Alle haben Gronkh beschützt. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich war gerade mittendrin. Oder auch alter Finne. Vielleicht sogar alter Skandinavier. Alter Norweger. Obwohl, ich habe ja norwegische Freunde, ne? Und die bestreiten immer, dass Finnland zu Skandinavien gehören würde. Ich sage ja, die bestreiten gerade, dass es in Norwegen alte Menschen gibt oder so. Hier unter. Ne, die wollen meinen, nein. Nein, nein. Schon wieder verdammt. Oh, ich heile. Ich heile sie. Vorsicht. Ich heile mich gerade mal. Warte, 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 warte. Vorsicht, geht nicht da lang. Aber da müssen wir lang. Ich weiß, wo, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich gerade heilen. Wir müssen an das Loch. Warte mal. Eins, zwei, go in den Tunnel. Abgepost. Bin drin. Cool, der ist der Schwan. Oh, ich komme nicht rein. Mein Liebeschwan. Der ist aus Stark Carnival hier, der Schwan. Ah, ja, stimmt. Oh, komm. Mud People. Ich glaube, da vorne ist der Safe Room. Ah, ne, das war nur ein Brett. Okay, aber hier ist das Zeichen für Safe Room. Hier ist schon wieder eine Witch, was? Alter, wie bist du da reingekommen? Hier müssen wir lang. Ach, da. Komm mal rein. Boah. Dammit. Wie, hä? Komm mal rum, Bull. Ah, ich habe einen Katana. Alles gut. Da fallen jemand, wie die fliegen mit dem Katana. Ich habe ja keinen Excalibur mehr. Also, in diese Runde bin ich total schlecht. Ich kann hier kaum was... Ich krieg hier nichts von die Flinte. Was denn? Du hast doch gerade alleine gekämpft, hast du gesagt. Ja, es soll eben noch sein gegeben. Ja, aber da war nicht so viel und dann kamen sie auf einmal alle. Hier ist Safe Room. Tatsächlich. Safe Room. Cool. Und hier sind noch Medikids und wir können uns heilen. Mach ich mal gerade. Das ist auch kein Medikid. Ach geil, das Bild hier an der Wand. Ole Toros. Das Bild ist geil. Aua! Ja, das ist super. Du Arschloch. Dafür kriegst du noch einen Arschluss hier. Oder hier, die alte neben dem Klo ist auch süß. Ich glaube, die hat sich selber umgebracht. So, ich mach mal die Tür zu, ne? Zack. Vor allem, was ist das für ein Klo? Du hast einfach nur eine Brille auf dem Eimer. Ja, was willst du sonst machen? Alter, guck mal. Guck dir das mal an. Wie peinlich. Naja, ich hab heute mein Chilligen, weißt du. Ist mir egal, was ihr macht. Guck mal, ich hab dreimal drauf geschossen und 895 Schaden gemacht. Jetzt könnten wir uns ausrechnen, wie viel eine Granate Schaden macht. Cool. Ja, das kann ja der Mathematiker machen, Rumpel. Ja gut, das kann man ja auf 900 aufrunden. Oh, du hast häufig eine Superinfizierte getötet, Gronkh. Ja, diese Runde war einfach mein Ding. Ich hab auch mit der Machete richtig aufgeräumt. Drei Infizierte. Ey, aber wir sind hier zwei Gräber im Safe-Room. Alter. In den Beton geschlagen? Cool. Ja, und ne tote Frau neben dem Klo. Wo ist die Fotos? Wir haben die begraben, wie krass. Ach, die tote Frau neben dem Klo ist jetzt im Grab. Ja. Wir haben die begraben. Hatte die Durchfall? Tiempo. Glaube ja, damit haben wir sie begraben. Grembo. Nachdem was sie hier gekocht hat. Wir haben hier auf jeden Fall was geschrieben. So, Hilfe, wir werden alle sterben und Pipapo. Guck mal, hier ist ein Tank abgebildet. Ach ne, das ist ein Stier. Guck mal. Ey, Toro. Oh ja. Ja. Alles klaro, Fittima. So, dann verabschiedeln wir uns für diese Folge. Ach so, ja. Haben wir noch gar nicht. Adios, іs cima. Hasta la vista, baby. Che! descrição ou.